Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen beim ersten Vlog von Cambio. Mein Name ist Kerstin, für alle die mich nicht kennen. Ich bin die erste Visagistin im Wiener Team und habe die Visagistenausbildung letztes Jahr bei Cambio mit ausgezeichnetem Erfolg abgeschlossen. Und heute mache ich mich auf den Weg nach Linz, weil ich dort zwei Seminare besuche und zwar einmal das Verkaufsseminar, also wie man sich und anderes am besten verkauft und als zweites das Lashlifting Seminar. Also ich bin super, super gespannt. Ich nehme euch auf jeden Fall mit, stelle euch dann auch noch im Zuge dessen die neue Filialleiterin für die Filiale in Wien vor und zwar die Lisa Buchner. Aber zuerst müssen wir mal nach Linz fahren, das dauert jetzt circa zwei Stunden und dann sind wir hoffentlich endlich dort und ja, alles Weitere seht ihr dann eh. Bis gleich! So meine Lieben, ich habe es jetzt geschafft und bin jetzt am Weg zur Cambio Beauty Academy, Auto in der Parkgarage abgestellt und ja, ich muss mich beeilen. Ich bin ein bisschen spät dran, es ist ja super viel Verkehr, aber gleich geht's los. Super, dann einen schönen guten Morgen. Ich freue mich über die Einladung, euch heute einen Tag lang ein paar Strategien und Tricks, punkto guten Verkauf beizubringen. Wer bin ich, hat schon gelesen wahrscheinlich, Thomas Meister, Tom Meister. Ich bin seit fast 40 Jahren jetzt Friseur, seit fast 30 Jahren selbstständig und seit 15 Jahren Verkaufstrainer in der Dienstleistungs-Frisseur-Kosmetik-Branche. Wir haben nämlich andere Techniken und Strategien beim Verkauf als das, was wir allgemein kennen vom Fernsehen mit diesem Hey, boah, auch in der NASA verwenden sie dieses Produkt oder dieses berühmte Aufschwatzen. Hat jemand von euch schon Erfahrungen, Buchter, Verkauf? Das Ihrsatz, ihr habt Gutschein Pro-Linge, ja, wo es Eindrucks angekriegt, um 20 Euro, Gutschein um 10, um 50, um 100. Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zurück. Wir sind jetzt gerade fertig mit dem Workshop beim Thomas Meister, haben wahnsinnig viel gelernt heute, vom Elevator-Pitch bis zu vielen anderen Verkaufstechniken und zum Beispiel auch die anwendbaren Techniken und Strategien für Ein-Personen-Unternehmen im Umgang mit potenziellen Menschen und Kunden. Wie kann ich einen Ersteinstieg machen, um bei mir zu bleiben und auf den Punkt meine Tätigkeit zu bringen, um gebucht zu werden, Erfolg zu haben und darum auch mein Leben zu bestreiten? Ja, also ihr seht, das war wahnsinnig interessant. Wenn ihr mehr über den Workforce erfahren wollt, könnt ihr jederzeit einfach bei Kambio anrufen oder eine E-Mail schreiben, dann bekommt ihr dann noch mehr Auskunft, aber es ist auf jeden Fall ein heißer Tipp, wenn ihr wissen wollt, wie ihr euch und andere oder Produkte in eurem Leben im Beruf besser verkaufen könnt. Danke Thomas fürs Kommen. Gerne, ich danke für die Einladung. So meine Lieben, wir sind jetzt fertig mit dem ersten Teil des Tages. Ich habe euch jetzt gerade den Thomas Meister vorgestellt und jetzt geht es weiter mit dem Lashlifting Seminar. Da sind auch die ganzen Trainerinnen schon hier und haben die ganzen Arbeitsplätze hergerichtet. Ich stelle sie euch jetzt gleich mal vor und die werden euch auch erklären, was wir heute genau lernen. Also so sehen die Arbeitsplätze aus. Hallo. Und da haben wir auch schon die erste Person. Hallo, grüß euch. Ich bin die Marina. Ich bin direkt bei der Firma Reflectosil angestellt und bin für die Marke verantwortlich. Ich habe selber Kosmetikerin gelernt und meine Passion sind Augen und natürlich schöne Augenbrauen und Wimpern. Und heute machen wir einen Lashlifting Kurs. Was heißt das? Das heißt, dass wir die Wimpern anheben. Dadurch schauen sie länger, voller, dichter aus. Und die Marke Reflectosil kennt ihr sicher schon. Gibt schon seit 75 Jahren, also ewig, ewig lang. Tolle Qualität und Tradition dahinter. Und wir haben hier unsere zwei Trainerinnen auch schon dabei, die Roswitha und die Bianca, die eben heute unsere Mädels schulen werden. Ja, hallo. Mein Name ist Roswitha. Ich bin Freelancer bei der Firma Reflectosil. Reflectosil ist ja ein österreichisches Unternehmen, was mich eben sehr freut, für diese Firma zu arbeiten. Ich mache gezielt Salonschulungen, komme eben in gewissen Friseursalons, Kosmetiksalons und mache dort eben Browstyling und Lashstyling. Ich selber bin Friseurmeisterin und ja, es freut mich, hier zu sein. Sehr gut. Und die Letzte im Bunde. Ja, hallo. Ich bin die Bianca und ich bin Freelancerin als Make-up-Artistin und Friseurin und Hairstylistin und arbeite schon seit einiger Zeit mit Reflectosil zusammen. Und ja, und ich bin halt sozusagen der Co- oder Assistent heute von der Reswitha. Sehr cool. So, also ihr seht, wir lernen heute wirklich von den Profis hier und haben auch sehr, sehr viel zu lernen. Deswegen müssen wir gleich mal loslegen. Die Mädels sind jetzt alle schon am Kommen. Zwischendurch filme ich sicher noch mal kurz rein. Bis dahin. Bis bald. Also, bei Bianca sehe ich schon, es reicht mir. Warum nicht jetzt, nehmen wir grob an, ein L. Schaut mal, das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Wenn ich jetzt zu groß bin und nur, ich hebe sie dann zwar, aber ich stelle sie eher nach vor. Ich habe nicht diesen Schwung, diesen Wow-Effekt, dass es mir fächert, gell? Das ist eben diese Dioklykol-Glycerin. Bester. Ich nehme dann auf den Pinsel ein wenig Raum. Wie schon vorher gesagt, ich lege mir das eher am unteren Rand fest, würde ich das oben lösen sich die Järchen. Warte, stopp. Wir müssen noch vorher ein Foto machen. So, jetzt habe ich es auch endlich geschafft, die Lisa vor die Kamera zu zehren. Da ist sie. Wir sind schon fix und fertig, hundemüde. Aber wir haben unsere Lash-Styling-Zertifikate. Und es war ein super erfolgreicher Nachmittag. Unsere zwei Trainerinnen sind auch noch da, aber die sind jetzt wahrscheinlich auch fertig mit den Nerven. Nein, es war schön bei euch. Perfekt war es. Super. Gerne wieder. Hat uns auch sehr, sehr, sehr gefreut. Danke. Ja, also das war es heute von uns. Wir machen uns jetzt noch auf einen zweistündigen Heimweg. Wir sind wahrscheinlich nicht vor zwölf zu Hause, also over and out. Tschüssi.